Moin Leute und willkommen zu einem neuen Part von Titan Quest Multiplayer, let's play, yeah, swag, swag. Keine Ahnung, ob man ihn ganz gehört hat, jedenfalls high und so. Na, so, Timer ist gestartet. Und dann gehen wir mal weiter auf Katzenjagd. Ach, Störber ist ein U.P., wir onehitten einfach eine Katze. Die haben ja auch nicht viel Leben. Du onehittest sie. Warte, meinst du so? Wo keine einzige bei gestorben ist? Eben grad hast du eine getötet. Ja. Die Störber werden doch ab, wenn du auf mehrere gleichzeitig machst, oder? Weiß ich nicht genau. Oh, ein Frostschreie, Schrottgang. Hier nicht mal. Ja genau, ich lauf einfach mitten rein. Ah, fuck. Ja, ich geh mich einfach nicht, ist okay. Nee, ist schon gut so. Ich hab grad mit zwei Frostkarten zu tun, okay? Ich bin fast tot. Ich war auch fast tot. Weil ich hab grad so einen Framerbruch gehabt. Ja, ich auch, die ganze Zeit schon. Ich hab übrigens schon wieder vergessen, Wolfis anzumachen, genauso wie Eichenherz. Okay, noch fünf Tränke. Ich glaub, wir stocken den nächsten Mal auf 30 bis 40 Tränke auf. Komm her, hier sind welche. Und ich kann den Typ nicht angreifen. Da sind zwei. Ja, ich hab grad einen aufgesammelt. Ähm, hier sind wir fertig, oder? Ja. Ja. Kiste war hier auch nicht. Wenn wir ein Messer und eine Störbel reinpacken, wir schaden die meisten gegen eine One-Hit. Ja, weil du sie ziemlich hart verletzt und ich sie dann den letzten Restgebeißung. Ich mach gar nicht so viel Schaden. Du machst aber viel Blutungsschaden. Ja, aber das ist dir überzeugt. Das Schöne bei meiner Störbel ist einfach, dass sie fast keine Energie kostet. Das ist ein Frosch. Deshalb ist sie vielleicht ein bisschen OP. Ah, sie sind... Das ist ein scheiß Frosch. Wo denn? Ah, geil. Hallo, wo du euch. So, LP, wir enden. Wir spielen jetzt nur mit dir Frosch. Ja, tschüss. So, warte, ich muss wieder starten. Das ist erst mal beendet? Nein! Ich dachte gerade. Oh, wir... Komm, Browsers. Kommen wir nicht hier... Das ist erst mal die Behinderten-Wildschweine? Kein Wobb gestanden. Komm, hier ist nicht zum ersten Mal die Behinderten-Wildschweine. Okay. Kommen wir noch mal Zentauren? Ich hasse Zentauren. Ich auch, aber wir haben bald einen anderen Zentauren. Welchen? Nicht, spoiler nicht. So, danke. Wie hat das mit Level? Ähm, Waffenwechsel. Unter dem Symbol. Schriftrolle. Gleich Welt. Alter, Hauptsache, hier sind richtig dicke Gegner, ey. Irgendwie macht kaum Schaden. Irgendwie. Zum Glück mache ich gegen die genug. Ich habe übrigens wieder nicht nachgeguckt. Was? Wegen... Ähm, Waffen. Nein, wegen... Nur Gold aufheben. Ach so, ja. Würde ich auch nicht machen. Ach, und übrigens... Wir haben immer noch nicht in dem Quest gemacht. Also... Machen wir wahrscheinlich auch nie. Doch, machen wir. Das sagen wir jedes verdammte Mal. Okay, Kren mache ich gerne. Schwarzes Wildschwein. Scheiße, Mann. Das ist tot. Wir brauchen nur einmal Wildschweinhaut. Die sollen sich mal anstrengen und die Haut trocknen. Das hasse ich so ein Spiel. Das ist nicht... Oder am schlimmsten ist es bei Online-Rollenspiel. Du sollst irgendwie so dreimal, äh, wild, zum Beispiel Wildschweinhaut holen. Äh, du tötest 30 Wildschwein, wo kommt es eine Haut davon? Das ist ja voll behindert. Ich meine... Als ob... Die würde schon keine Haut von dir und abziehen könnte. Ja, das ist so. Aber die Krähen sind stärker geworden, merke ich. Weil vorher waren die sofort tot. Und jetzt sterben sich ein Blutungsschaden. Das sind ja das Giftschaden. Also bei mir sterben sie noch Insta. Ja, noch Insta. Hast du gar keinen Vergleich zu vorher? Doch, vorher habe ich... Also nicht auf der gleichen Stufe, aber vorher habe ich mehr reingehauen. Okay, dann packe ich... Habe ich einen auf Gaun? Ne, habe ich noch nicht. Dann packe ich noch jetzt, äh, einen auf... Okay, ich habe jetzt ein Problem. Gift. Äh, dann nochmal einen auf die Meisterschaft und einen auf das Wurfmesser. Weil das sind meine Hauptfähigkeiten eigentlich. Weil... Ich weiß, weil es da echt Tutte wert. Was? Habe ich doch gerade. Ich habe zwei getötet, wie du gesehen hast. Ich habe das versehentlich gehalten. Ist doch schön. Ich habe irgendein Auge. Äh, das ist doch, ähm, ein Buff, das, äh, von den... Ich glaube, da machst du mehr Schaden, wenn du... Das ist, glaube ich, ein Jagd- oder ein Dings-Teil. Das habe ich aber gar nicht getötet. Ja, das ist ein Buff von den, äh, Gegnern. Weil, ähm, die benutzen doch auch oft, äh, Jagd, äh... Ja, wieso sollte ich mehr Schaden machen, wenn ich einen Gegner an... Nein, die machen mehr Schaden an dir oder so. Achso. Hier unten fehlt noch ein bisschen was vom Erkunden her. Oh, ich habe eine ganze... Oh mein Gott, ich habe das... Oh mein, hilf mir! Was machst du? Äh, das ist ein Tauchen-Armee-Aufschrecken. Ich habe sie alle an mir. Guck mal, albern, die Fallschutz passiert sowas. Okay, ich habe vier Wildschweine hinter mir. Wovon alle tot sind, da liegt eine Wildschweine hat. Wildschweine, schelle ich. Jetzt fehlt nur noch einmal reines Gefieder. Reines Gefieder findest du über den Größenvögeln. Ja, war Harpien. Ich habe einen Zentauren-Küroß aufgesammelt. Äh, da war ein Zentauren-Armee hinter mir. Alter! Alter! Oh, 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 oh! Ich habe ein bisschen Argo. Scheiße. Flächenschaden wäre super. Ja, warte. Dachte ich mir auch gerade so und dann habe ich das gemacht Zwei Heiltränke Ich bin sehr froh, dass dein PC so gut ist, dass es nicht laggt Ein Heiltränke Weil ich sterbe meistens schon, wenn ich in den unteren Bereich gehe Also in den unteren Lebensbereich Bin ich einfach schon so tot Ja und Was soll man sagen? Ne, kommt der später Was? Mit einem freundlichen Centaurer kommt dann noch eine Quest Ja, ich wollte nicht spoilern, aber du tust es natürlich wieder Ja, das ist kein Spoiler, ich immer kurz nicht auf den Kaffee Heiltränke Mach das Ich sollte so ein bisschen hier Wir sind gleich vom Level Die Portage, 10 Schuss und Delphi Ja, ich war es, habe ich schon gesagt Wir sind ja auch schon in Ambrosia Ich habe keine Ahnung, was noch ein Grosier ist Ich starte in Kriege, ich bin glaube ich Natürlich Ähm, Traumbeherrschung Nochmal eine darauf 11 Geschicklichkeit gegen plus 10 Rüstung Was soll ich nehmen? Ich glaube plus 10 Rüstung Komm mal her Übrigens die Wildschorne sind theoretisch friedlich Warum? Weil die eigentlich angreifen Weil die eigentlich angreifen Ach, was mir gerade einfällt Was mir noch ein gewisser Kommentarschreiber gesagt hat Ich soll meine Wölfe aggressiv machen Entschuldigung, dass ich das bisher noch nicht gemacht habe Willst du das besten Rüfer Schleifring plus 20 Angrechtsqualität Und dann äh Lebenskraftschaden äh Für deinen Begleiter Bring einfach mal mit So jetzt in die Viecher aggressiv Oh das Wildwand stirbt nicht So, 30 Healtränke Ach, die Verkauf Ich behalte halt meine Geschicklich Ich hab auch noch 13 Ersten jetzt übrigens bei dem netten Centaurer Wir tun mit dem Reden Ich erkunde noch ein bisschen das Land Ich hab jetzt 3 Schildkrötenpanzer Ich mach mal kurz die Wildschorne fertig Oder haben wir die eigentlich schon Ich weiß gar nicht, hab die schon fertig? Nee, aber die Wildschorne Wildschorne braucht dich gar nicht Die hast du noch Okay Ich brauchte noch äh Goldenes Fleece äh Kannst ein Portal kurz machen? Ähm, ja, steht Moment So, wann jetzt zu La Fischi ist Kurz die Fanta zu machen und hinter mich werfen Bin tot Woran? Äh, äh 2, 4, 6, 8 Centaurer Nein, 6 Centaurer Von den Einnahmen ein bisschen stärker Aber kannst du ein Portal machen? Ähm, ja Bin zwar grad fast dran gestorben, aber okay Man sollte nicht in einer Centaurernmenge ein Portal setzen Ja, das Problem hatte ich auch Das ist bei mir halt, als du durchs Portal gehen wolltest, gelackt hat Das ist ein bisschen nervig Sorry Ich hätte echt gern einen besseren Computer und eine bessere Leitung Da hast du übrigens noch ein Grab Nein Wie weit bist du jetzt? Ähm, ich bin jetzt bei 4 Okay, ich bin bei nach 2 Also ich bin nach 4 fertig fast, äh doch, so gut wie Okay, den netten Centaurer noch? Äh Den netten Centaurer noch? Ich wusste nicht mehr genau, wo der war Hier Einen Freund So, ja, für den sollen wir irgendwas machen Der gute Centaurer Ja, hier hinten gibt's zu irgendeiner Höhle, von der ich gar nicht mehr weiß, was er macht Chiron's High Ja, wir sind jetzt vermutlich Und wir kriegen jetzt wahrscheinlich gleich einmal reines Gefieder Hoffe ich doch Einfach ein Messer reinwerfen Ja, ich nehme eine Schockbälle hinterher und fast alle sind tot Jaja, du bist grad gelevelt, Gateshead Gut gemacht Ich kann jetzt übrigens erste Hilfe, also Kann ich übrigens auch schon Ich nicht Nicht aufgepasst? Doch ein bisschen Wieso meinst du, das war voll scheiße, das war voll lustig, finde ich Oh, so Todesnervier, Alter, sechs Stunden da rumsitzen Vor, vor allen Dingen Ja, im Verbandskasten ist nur Anleitung zur stabilen Seite Warum lernen wir sie denn überhaupt? Damit du sie kannst Ja, aber sie schütteln Weil sie schütteln, weil keiner ist Ja, da ist aber einen drin Ja, in meinem nicht Ist sie behindert? Die war echt da, die Rente war weg Ja, die Rente war weg Die muss man die ganze Zeit verfolgen Ich hab diesen Rettungsgriff, diesen Hier heißt er mal Rettungsgriff Wo man so Leute wegziehen soll Den hab ich bei Leon gemacht War nicht so leicht Bei welchem Leon? Spiel den Wer war der mit da? Ja, der war da auch Wann hat der angefangen? Äh, Donnerstag Der macht aber nicht bei uns Der macht aber nicht bei uns Wo macht der? Langen? Ja, Elis oder so Achso, okay Kannst du mir denn nochmal ein Portal machen? Bin grad schon wieder krepiert Ich brauch ganz dringend einen neuen PC, Alter, das lag immer so Ich mein, wie ist übrigens dein Ohne Aufnahme bei mir Bei mir lag das nicht mehr mit Aufnahme Also doch schon Aber halt nicht wegen Äh, lags weil sie das nicht schafft Sondern einfach weil die Aufnahme dann scheiße ist Ey, die dürfen keine Giftwaffen haben Ich hab Giftwaffen Aber ich find irgendwie lustig, dass die, äh, ähm, Gegner dann auch, ähm, die Fähigkeiten von den Klassen benutzen Ja Die hier sind ja so Bogen-Gaunerei Ich zerstöre erstmal die Kleine und jetzt wird das Großvieke getötet Siehst du wenig Schaden hier mache, ne? Archimedes Spiegel, Chirons Bogen Archimedes Spiegel hast du, oder hab ich den? Ich hab den Sicher? Ich glaub ich hab den nämlich auch Ich hab den nämlich sogar dabei Ja? Ne, doch nicht, aber ich hab den wahrscheinlich Alter, der Bogen ist klar Ja, einer von der Spiegel hat auf jeden Fall Archimedes Spiegel gehabt Ja, können wir ja mal gucken Ich glaub ich hatte den, du hast, glaub ich diesen, äh, Muskelkraft oder so Ach, keine Ahnung, was ich... Wie bist du rausgekommen? Ja? Wie bist du rausgekommen? Wie, rausgekommen? Bist du schon raus, oder läufst du noch durch die Spiegel? Ich bin durch den Weg gegangen Okay, ging ganz schön schnell Er lag, Alter, so eine Hure Man kriegt nur zwei Attributspunkte, schaust man nicht zwei Dingspunkte bekommt Skillpunkt, ist ja schöner Hast du die Question abgegeben? Ne, du? Ich bin hinter dir Mein Bogen Es ist wahr, dass... Aus Sicherheit red ich nicht mehr mit NPCs Ich lass das dich machen Pack ich zwei auf Stärke Die eine auf Stärke und eine auf Geschicklichkeit Ich hab noch zwei Also nochmal eine auf Geschicklichkeit und eine auf Stärke So, eine angemessere Auffahrgabe fehlt noch Ich geh schon mal in die Stadt rein Und sie antworten Ambrosos Wird kein Portal leider Das ist aber eine schöne Stadt, finde ich Ja Schön mit Mauern um jedes Haus rum Das ist eine Quest Ich denke, du wolltest keine Quest mehr annehmen Ja Ich hab mich auch mal entschieden Ich dachte so YOLO Gibt's dir wenigstens nen Händler da oben Miss Quest? Hä? Ja, die hab ich Noch so Gut, gibt's hier nen Karren? Ne Quest? Ich war auf dem Weg Ich habe meine Besitztümer verloren Zurück gelassene Waren Die Quest ist ganz lustig Die hat ruhig mal ein reines Gefierdropfen können Habe ich auch grad gedacht Ich sehe, du bist weit gereist, fremdach Halt die Schnauze, du haschloch Hey, kann ich nicht fremdich immer griffen Trotz Oh oh Ich geh mal kurz zurück Ich gehe mal kurz zurück Nach Hedas oder so Warum? Weil ich nach Megara gehe Hebe wohl Ja Oh Mensch jetzt ist das Portal in ihm Ich geh aber noch kurz nach Megara. Was sagt der Tacho? Noch dreieinhalb Minuten. Immer wenn ich guckst uns entweder drei oder dreieinhalb Minuten noch. Ich wollt grad sagen, immer wenn du guckst uns irgendwie drei Minuten. Das glaub ich hiervon schön wegen. Und Blitzfieh auch schon wohl nicht. So, ne, Archimedes Spiegel hab ich. Was schön hast, dann können wir den fertig machen. Okay, ich hab Blitz des Zeus. Essenz von Achilles Papakart hab ich fertig. Er macht fünf Schaden, zwölf Angriffsgeschwindigkeit und Bonus für vollständiges Regeleck 1-4 Schaden. Okay, Wildschweinhaut müsstest du auch haben, oder? Ja, aber hab ich auch fertig. Okay, dann hab ich jetzt noch ne einzelne. Ich hab auch noch eine. Dionis, Weinschloch hast du, oder? Ja. Pack ich den mal raus. Und dann den Wildschweinhaut könnt ich dir auch noch gleich geben. So, und ansonsten brauchen wir noch reines Gefieder. Erkranktes Gefieder, Schild, Panzer und Giftsack. Ah, hier und hier. Zeigegrüßt! Okay, das so. Das so. Äh, übrigens, ich hatte mal mein gesamtes Inventar damit vollgekloppt. Kloppt. Mein gesamtes Staubraum. Welchen wo? Den normalen Staubraum hat ich damit komplett vollgekloppt. Was wollt ihr? Ich hab die Dissensen. Bis dann! Das geht? So viele? Ja. Hast du alle einzeln, oder gestackt schon? Ich hab mich extrem lag. Ich hatte die alle gestackt schon. Alter. Derbs. Viele. Hast du gesuchtet irgendwie? Alter, ich hab's durchgespielt. Dreimal. Ich hab das noch nie durchgespielt. Ich hab nie weiter als die zweite Region gespielt. Ich hab mit Leon immer gesucht durch. Bekommst du euch grad die EP? Nein. Oh. Aber sie? Dann komm her. Dann komm her. Um mit dem, äh, Wurfmesser ein paar Leute, also mehr, mehr als eine Person zu treffen, manchmal ziemlich Skill. Also nicht ziemlich, aber ein Bruch hat Skill, weil... Weißt du? Was sind hier oben? Zwei Brunnen? Was denn da los? Warte. Wo? Wir sollten echt mal zusammenlaufen. Wo sind die zwei Wunden? Jo, stimmt. Endlich mal wieder ein gutes altes Zentauernlager. Gutes altes? Komm schon. Ja, wir werden lange keinem Zentauernlager nehmen. Hm. Doch. Eben gerade zwei Mal. Ja, ich bin froh, dass wir jetzt endlich viele Zentauern haben und keine Frauen mehr. Hier keine... Oh, ich bin jetzt gleich Wasser. Vielleicht find die Katzen super. Ja, aber die Sterbegeräusche sind nicht mehr. Ja, aber die Zentauern sind so nervig. Die hat Festhalte-Skills und so'n Scheiß. Ja, die Zentauer. Ja. Nicht diese Tür. Ja, die Zentauer. Die haben Festhalte-Skills. Ja, die Zentauer mag ich auch nicht. Achso. Achso, ja. Plötzlich hör ich so'ne Explosion, du bist tot. Ja, jedes Mal. Jedes Mal. Jedes Mal kommt da so'n Obermöpp, plantet sein scheiß Schild und ich bin tot. Instant. Ich kann nichts machen. Quotar steht schon. Ich bin schon fast zu Fuster. Und der Part ist vorbei. Ja, wir töten es trotzdem noch diese komischen Spasten hier. Falls sich eigentlich jemand fragt, was das für ein Lied ist, das gehört gar nichts an. Was ist das Lied überhaupt? Oh nein. Oh ja. Ich bin ein Lied. Oh nein. Oh nein. Glaub mir noch ein bisschen was geht. Oh nein, oh mein Gott nein. Ok, jetzt haben wir ein Problem. Es ist nichts passiert, euer Freund hat nie gelebt, der lag da schon immer. So, lasst uns vor Lagerfeuer stellen. Ja, das hast du gerade angemacht. Mein Schrein, äh mein Tod. Mein Grab. Ja, Leute, dann hoffen wir, der Part euch gefallen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Heuer rein. Ciao. Tschüss.